Was macht mein Sohn denken? Ernst? Das glaube ich jetzt aber nicht. Er war seit mehreren Wochen nicht mehr hier. Und auch zuvor hat seine Anwesenheit zu wünschen übrig gelassen. Sorgen Sie dafür, dass er häufiger zum Unterricht erscheint? Natürlich, aber... Nichts aber. Wenn er so nicht ab sofort ständig anwesend ist, hat er ein Problem. Dann bekommt er für dieses Schuljahr kein Zeugnis. Ja, natürlich. Ich werde dafür sorgen. Auf Wiedersehen.